Moin Moin, ihr Corona-Infizierten da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Varsom-Video. Ihr habt es im Titel schon gelesen, das Update 1.2.1 ist am Start und was dort alles Neues erkläre ich euch jetzt. Als allererstes ein paar Eckdaten. Die Xbox- und PC-Spieler müssen sich 30 GB mehr auf die Festplatte hauen. Die Playstation-Spieler haben es da etwas besser mit nur 20 GB. Die für mich traurigste Änderung im ganzen Update ist, dass der Stimulus-Einzelmodus wieder entfernt wurde und der alte Solo-Modus wieder eingeführt wurde. Ich finde das sehr schade, weil es mir sehr gut gefallen hat, dass man mehrere Chancen hat. Im Trio- oder Vierermodus ist es ja ebenfalls so, dass eure Mitspieler euch mehrfach wieder kaufen können. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man nicht einfach beide Modi hätte im Spiel lassen können. Schließlich wird die ganze Zeit mit über 60 Millionen Spielern geworben. Also einen Engpass an Gamern hätte es auf jeden Fall nicht gegeben. Der Gulag wurde überarbeitet. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt jetzt auch ARs und SMGs, mit denen ihr kämpfen könnt. Ich finde die Neuerungen sehr, sehr geil. Zumindest macht es den Gulag um einiges vielseitiger, da man ja auch nicht zwingend damit rechnet, dass man Dauerfeuer an den Kopf kriegt in dem kleinen Gefängnis da drin. Von daher lassen wir uns überraschen, wie die Gameplays in nächster Zeit so aussehen werden. Es gibt jetzt auch neue Waffenausführungen zu finden, zum Beispiel die SKS, die Kilo oder die MP7 als legendäre Variante. Die AX50, die FAL und die AUG gibt es jetzt auch als epische Variante zu finden. So, liebe Gamerfreunde da draußen, haltet euch fest, das ist nichts für schwache Nerven. An der Vorratstation gibt es kein Schildgeschütz mehr zu kaufen. Hello darkness my old friend. Nein, Spaß beiseite. Wer hat dieses Scheißding überhaupt gebraucht? Ich zumindest habe es mir noch nie gekauft. Dafür gibt es jetzt eine coole Rüstungsbox. Ähnlich wie die Munitionsbox könnt ihr die hinwerfen und eure Mitspieler können sich daran ihre Rüstung komplett auffüllen und wenn ihr eine Panzerungstasche dabei habt, kriegt ihr sogar 8 Rüstungen. Die Kopfgeldjäger da draußen können sich ebenfalls freuen, denn der Most Wanted Modus wurde wieder eingeführt, allerdings wurde er von 5 auf 3 Minuten runtergesetzt. Komplett neu hinzugefügt wurde ein klassischer Battle Royale Modus, der ohne Respawn, Skulag, Vorratstation oder Aufträgen auskommt, sondern wirklich ganz klassisch einfach nur ballern, bis der letzte überlebt. An dem letzten Gaskreis hat sich auch etwas geändert. Bisher war es ja so, dass dieser sich gleichförmig geschlossen hat. Jetzt wurde da allerdings auch ein bisschen Bewegung mit ins Spiel eingebaut, sodass man nicht mehr nur noch campen kann. Ich finde das macht auf jeden Fall das Endgame auch nochmal etwas spannender. Wer sich auf ein Duo Vason Modus gefreut hat, den muss ich leider enttäuschen. Stattdessen wurde der 4er Blutgeld Modus eingeführt. Ist zwar auch nicht schlecht für die Leute, die gerne Blutgeld zocken, aber effektiv warten wir doch einfach alle auf einen Duo Modus. Also Infinity Ward. Mach es! Es gibt natürlich auch noch ein paar Balance Anpassungen. Zum Beispiel wurde die Renetti etwas schwerer gemacht und die Foul-K-Schrotflinte oder die Holger wurden etwas verbessert. Auch andere Waffen haben noch kleine Fixes bekommen. Lest euch das aber am besten mal in den Patch Notes durch. Das sprengt ansonsten den Rahmen von diesem Video hier. Es wurden natürlich auch ein ganz paar Bugs behoben, wie zum Beispiel, dass jetzt endlich wieder alle Spieler in der Lobby angezeigt werden und der Voice-Chat soll auch wieder ordentlich funktionieren. Es gibt natürlich auch noch ein ganz paar Neuerungen von dem Hauptgame Modern Warfare. Ich wollte dieses Video hier aber lediglich auf die Änderung von Warzone einschränken, da ich denke, dass das die meisten Leute da draußen interessiert und die Änderung für das Hauptgame werde ich in einem späteren Video auch nochmal erklären. Damit sind wir auch schon grob durch mit den größten Änderungen zumindest. Es gibt natürlich noch viele kleine Änderungen, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Ich wollte das Video aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, ich würde mich riesig freuen. Daumen hoch wäre natürlich auch ein Träumchen. Und dann würde ich sagen, bis bald und bleibt gesund.